halli hallo und recht herzlich willkommen auf meinem kanal ober für place bei einer kleinen runde diablo 3 in season 12 wir sind jetzt gerade bei etappe 2 und versuchen jetzt mal so ein paar aufgaben zu erfüllen desto mehr etappen ziele wir haben desto früher kommen wir an unser draghuls set ich bin jetzt eigentlich so ja sind den kann als würfel brauchen wir sowieso früher oder später ich hole mir den jetzt einfach mal beziehungsweise einfach mal wie es am besten hinkriegt damit ich den allerdings besser bekommen werde ich meine bildung stellen nicht wirklich eine wiederauferstehung ist aber ich sage dass diese narren nicht verstehen was für ein glanzvolles wunder soll tun cool wirklich ist so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Ich muss mich noch gedulden. Der Vereinigung der Stämme so nah wie er. Sein unbezwingbarer Wille hätte es vollbringen können. Doch obwohl er so stark wie drei Krieger war, lag seine wahre Stärke in seiner Barmherzigkeit. Eine ruhmreiche Entwicklung. Der Vereinigung der Stärke in seiner Barmherzigkeit in seiner Barmherzigkeit in seiner Barmherzigkeit in seiner Barmherzigkeit. Ja, komm mal ein bisschen Gas geben wir mal schon hier. Auf. Ist ja wohl nicht. Arbeitsverweiger, wunderbar. Ich muss mich noch gedulden. Diese Feinde sind unglaublich. Nacht umfängt euch. Mir fehlt Essenz. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich muss mich noch gedulden. 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 Das wird nichts. Mir fehlt Essenz. Nein. Um. Ich muss mich noch gedulden. Alter Schlappen, was ein Massaker. Ich muss mich noch gedulden. Das war's für heute. Schick. Ich muss mich noch gedulden. Euer Grab ruft nach euch. Das war's für heute. Das ist unmöglich. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Ah, komm, sei gnädig. So. Oh. 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 noch etwas Zeit. Nicht genug Essenz. Die Barbaren glauben, dass sie auf dem Berg Aria begraben sein müssen, um Frieden zu kriegen. Alter Schlamm, muss ich da durch, ja man. Stirb, Kerser, Abschau! Ja, jetzt ist doch mal gut, hey, auf! Stirb, Kerser, Abschau! Stirb, Kerser, Abschau! Ich verstehe jetzt so viel mehr. So, klappt doch ganz gut. Ich muss mich noch gedulden. Meine Brüder sind ausgezogen, um die Vernichtung des Ungeziefers in Secheron fortzusetzen. Ich glaube, ihr seid nicht. So. 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 So, Jos. Schwäche überkommt euch. Ich muss mich noch gedulden. Ich werde schwächer. Ein mächtiger Gegner. Erwartet uns. Wir haben diese Welt gerade zu einem besseren Ort gemacht. Nacht umfängt euch. Ich muss mich noch gedulden. Nein. Nein. Mir fehlt Essenz. Komm Massagaponos. Ich will Massagaponos. Zerfault und zerrottet. Das wird nichts. Kann schlimmer sein. Nein. 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 Dann bis kurz. Nun ist es auf dem Weg. Das ist alles nicht zu tun. Ich will. Also bis kurz. Ich will. Ich will deutlich. Okay. Und dann ist es euch so. Es braucht noch etwas Zeit. Ich benötige Essenz. Das Licht in euch wird stärker. So. 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 Ich muss mich noch gedulden. Euer Tod naht. Ach Gott. So. 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 Euer Grab ruft nach euch. Oh, jetzt wird's lustig. So, einmal sterben, bitte. Eine ruhmreiche Entwicklung. Die Welt ist eurer übergrößig. Ich muss mich noch gedulden. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Das wird nichts. Das ist großartig. So, Wie versprochen, Karneis Würfel, Level 70, alles in einem Abwasch, läuft würde ich sagen. Wir schufen einen weniger mächtigen Ersatz, den Horadrischen Würfel, dessen sie sich viele Jahre lang bedienten. So, genug des Guten. Endlich in Sicherheit. Ihr habt nicht nur meinen ewigen Dank für meine Rettung, sondern auch den der Welt im Ganzen. So, würde ich meinen. Sieht soweit ganz gut aus. Das Amulett ist eher Schrott. Keine Ahnung. Ich kann damit jetzt nicht wirklich was anfangen, glaube ich. Ist ja kommt Brot. Einen Platz freihalten kann man mal. Wenn nicht wirklich was gesammelt. So, wichtiger ist, ich kann einen Waffentausch vornehmen, meine Lieben. Das ist der Abschluss des Tages. Äh, gecraftete. Zwei Handsense. Mit 90% mehr Schaden. Und kleinen Sockel. Nichts Besonderes. Nichts Tolles. Aber mehr Schaden. So. 280.000 haben wir schon. Und das mit dem Mist an Equipment. Im Prinzip kann ich jetzt auch den Erfahrungsbonus wieder rauszockeln. Und mir hier irgendwas anderes geben. Oder Abklingzeit. Muss ich mal überlegen, was ich da mache. Das ist noch so eine Sache. Hm, mehr Gold. Okay. Ähm. Ja. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss ich mal gucken. Abklingzeit oder eventuell Lebensbonus. Wobei ich denke, Lebensbonus wäre vielleicht am Anfang gar nicht schlecht. Bis wenn wir mal ein bisschen Equipment haben. Ja. 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 Der Rest ist dann eher so eine Sache, wo ich sage, okay. Wobei Abkling... Ah, Abklingzeit. Kann man überlegen. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Grad Level 70. Wir sind kurz davor. Die Etappe 2 abzuschließen. Mir fehlen noch zwei Sachen. Die machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal. Ja. Die machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Bye bye. Ja. Ich hoffe ihr seid. Das macht euch den Tag. De 뭔가. Ich hoffe ihr seid. Dann mal. Auf Fourth Label. Ich hoffe ihr seid. Wir sind. Wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020